Herzlich Willkommen im Datholthus. Das ist es. So dachten auch Marlene und Günther Holzförster, als sie sich den lang ersehnten Wunsch nach einem Café der etwas anderen Art erfüllten. In relativ kurzer Zeit wurde das finnische Blockhaus, hinter einem kleinen Wall, an der Mindener Straße errichtet, und auf den Namen Datholthus getauft. Mit viel Liebe und Ausstrahlung wurde ein Haus geschaffen, wie es wohl in der näheren Umgebung kein zweites Mal zu finden ist. Serviert werden hausgebackene Kuchen, nachträglich anderen Rezepten, ganz wie zu Omas Zeiten, sowie erlesene Getränke in vielfältiger Auswahl. Genießen Sie einen unvergesslichen Tag im Holthus. In den Sommermonaten lohnt sich ein Besuch im Kaffeegarten, umgeben von Natur pur, oder ein netter Runde an der Kota. Auch kleine Familienfeiern mit bis zu 30 Personen können bei uns veranstaltet werden. Sie planen einen verträumten Kaffeenachmittag oder ein Abendessen mit Kerzenschein? Dann sprechen Sie hier zu Frau Marlene Holzförster an. Sie wird Ihnen gerne bei der Gestaltung und Planung weiterhelfen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie doch einmal Datholthus, es wird Ihnen ein wunderschöner Tag in Erinnerung bleiben. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Familie Holzförster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017